Bitte schauen Sie in den Spiegel. Verkürzen Sie Ihre Wartezeit und erfassen Sie selbst Ihre Daten. Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen. Bitte wählen Sie nun das gewünschte Dokument aus. Bitte geben Sie Ihren Geburtstag und Geburtsmonat ein. Wir nehmen nun Ihr Foto auf. Bitte schauen Sie in den Spiegel. Jetzt können Sie sich eins aussuchen. Ich glaube, das ist ganz rechte. Jetzt noch kurz Ihre Unterschrift. Ihre Daten wurden erfolgreich erfasst. Bitte beenden Sie den Vorgang. Jetzt kommen Sie Ihre Daten.